Also, bei mir ist es mit allem insgesamt so zwischen 100 und 130. Netto? Nee, brutto. 16. März? Ja, bist du doch auch bei Netto-Gehalt. Ja, aber da hast du Elevate nicht drin. Ich weiß nicht, was Sydney für Placements hat, aber was hast du denn für Placements, bitte? Junge, 16. März war Elevate. 16. März ist nicht Elevate. Bei mir schon. Bei mir nicht, Digga. Warum haben wir eine Unterhaltung bei euch, he? Bei mir ist Elevate. Elevate ist bei mir. Er hat recht. Er hat es mir gezeigt. Bei mir ist? Warte mal. Ach so, ist ja ein anderes Konto. Ah, warte mal. Schallert. Ah ja, okay. Ach so. Wie gesagt, durch den nächsten 100 droppe ich Onlyfans bei mir, dann Schallert. Loll. Ich will auch Onlyfans haben. Ja, okay. Okay, okay. Na jetzt noch Willi. Ist ja ein anderes Konto. Du hast kein Geschäftskonto, war es Sydney? Nö. Digga, das ist so Quatsch mit Soße, Großer. Das ist so Quatsch mit Soße. Ja, okay. Dann sind es... Ja. Dann sind es so... Brutto 150. Aber war auch ein sehr guter Monat. War auch ein sehr guter Monat. Das ist nicht jedes Mal. Du hast ja da mit 80k netto raus, he? Ja. Das war ein sehr guter Monat. Das war ein sehr guter Monat. Das war ein sehr, sehr guter. Nochmal 11 weitere. Das war ein sehr guter Monat. Das war ein sehr guter Monat. Okay, danke. Vielen Dank, guys. Dann habe ich das mit Ihnen gehört. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020